So, meine Damen und Herren, für die neue Zeit für unsere nächsten Show-Act. Als Gott Carvolta, seine Olivia Nilschor, im Film traf, festigte er damit nicht nur seinen Ruf als Superstar, nein, er verhalten auch einen Song zu der Verhaftigkeit auszeichnen. Der Film, Grieß, die Harte, Flache, der Song, ein Welthitsch, die Message, du bist das Einzige, was ich will. Hier ist für euch, Jo, der Vogt, der Vogt! Hier ist für euch, Jo, der Vogt! Hier ist für euch, Jo, der Vogt! Hier ist für euch, Jo! Musik 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 Vielen lieben Damen, Damen, ich darf vorstellen, Tobias Travolta! Musik Und damals die Damen, Emma zuletzt vorstellt, Olivia Newton-Hoch! Dankeschön! Musik Musik Ja, meine Damen, eine Weltkarriere begann, einst hier in Mülsnitz, bei der Mülsnitz- und Kartenwaltsvereinigung, als Robben mit Klatschmann. Musik Mittlerweile ist er Marketingleiter bei Volkswagen. Musik 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 Sein eigener Freund trug an T4. Und er hat heute Abend nur einen einzigen Wunsch, der da lautet. Let me entertain go! Und er hat heute Abend nur einen einzigen Wunsch, der da lautet. So ist es! 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 Bezahl an〇! So ist es! Wow! Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Es ist Herr Rosy Williams! Rosy, was denkst du von den Chomel-Gloans? Sie sehen gar nicht so schlecht aus. Und dann endlich noch ein DJ. So geben wir den Rosy Williams, Mr. Rosy Williams. Ich übergebe jetzt einen anderen Titel. Wir sehen uns 23.30 Uhr wieder. Bis dahin!